Guten Morgen oder was auch immer deine Uhrzeit ist, bei mir ist es recht früh. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich möchte heute mit euch einen Text anschauen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, 42. Da heißt es, sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und in diesem Abschnitt der Bibel zeigt uns das Wort Gottes so die erste Gemeinde. Wie hat die erste Gemeinde gelebt und was war wichtig in der ersten Gemeinde? Und wir wissen, denke ich, alle, dass die erste Gemeinde ja recht schnell von einem zum anderen Moment gewachsen ist. Über 3000 Leute sind da an einem Tag hinzugetan worden und dann kamen jeden Tag, sagt uns die Bibel, neue hinzu. Und darum ist es interessant, mal zu hören oder zu lesen, was war denn so in dieser Gemeinde? Was war denn da so elementar so wichtig? Was haben die denn gemacht? Was waren so Grundpfeiler der Gemeinde? Das erste, was uns die Bibel sagt, ist, dass sie beständig blieben. Beständig sein, dran zu bleiben, bedeutet, ich halte etwas fest. Ich bewahre etwas. Mir ist etwas kostbar. Ich lasse mich nicht beirren. Und das ist ja heute, sagen wir mal, bedingt so richtig modern oder gut. Weil oft heißt es, ja, du musst flexibel sein, wir müssen anpassungsfähig sein, wir müssen mit der Zeit gehen, all diese Dinge. Und dann wirkt es manchmal, dieses Festhalten oder beharrlich sein, manchmal so ein bisschen altmodisch oder unflexibel. Aber die erste Gemeinde, es war Gott wichtig, uns zu zeigen, die war ausgezeichnet in der Beständigkeit. Und das ist manchmal in schwierigen Zeiten, in herausfordernden Zeiten, wenn es vielleicht nicht gerade so läuft, wie wir wollen, ist das gar nicht so einfach. Aber Beständigkeit ist eigentlich eine zutiefst göttliche Eigenschaft, weil die Bibel sagt uns, Gott ist beständig in allen Dingen. Er hat keinen Wechsel von Meinungen, er ist treu, er ändert sich nicht, nur weil gerade etwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Und so ist es für uns wichtig, dass wir als Gemeinde, als Christen auch in diese Eigenschaft hineinwachsen, eine Beständigkeit zu haben. Nun ist natürlich interessant, ja, worin waren die denn beständig? Sie waren zuallererst mal beständig in der Lehre. Das heißt, es war ihnen wichtig, das Wort Gottes zu hören, in dieser Form zu lesen. Das war ja noch nicht möglich damals, wie wir das heute haben. Und dennoch ist es für uns ein ganz wichtiger Punkt, nämlich, dass wir begierig, dass wir hungrig sind nach Gottes Wort, dass wir darin beständig sind. Ich weiß, im Moment können wir nicht in den Gottesdienst gehen, in dieser Form, wie wir es gewöhnt sind. Aber das bedeutet nicht, dass wir irgendwie außen vor sind. Nein, wir können ja Online-Predigten hören oder noch, was heißt noch besser, aber vor allem können wir auch selber mal uns Zeit nehmen, die Bibel zu lesen. Vielleicht tust du das ja schon regelmäßig, aber dann möchte ich dich ermutigen, da beständig weiter dran zu bleiben. Aber vielleicht ist das auch für dich so ein Ding, es fällt mir schwer. Möchte dich ermutigen darin, beständig darin zu werden, jeden Tag im Wort Gottes zu lesen. Die erste Gemeinde war darin, ja, das hat sie ausgezeichnet. Das zweite ist, sie waren beständig in der Gemeinschaft. Nun, wir können das im Moment nicht so, dass wir so Gemeinschaft haben durch die ganze Corona-Krise. Aber wir können durchaus da kreativ werden. Wir können uns treffen. Wir hatten neulich ein Treffen mit dem Hauskreis über Zoom oder gibt es ja viele andere Skypen oder was auch immer. Da gibt es viele Plattformen übers Internet. Oder du schreibst jemandem einfach altmodisch einen Brief oder du rufst jemanden an. Einfach Gemeinschaft zu haben, darin kreativ zu sein. Nur weil wir es nicht sehen können, heißt das nicht, dass wir keine Gemeinschaft haben können. Und da lasst uns doch auch die mit hineinnehmen, die vielleicht nicht so die erste Adresse wären. Und dass man auch die anruft und die kontaktiert, die vielleicht manchmal so außen vor sind. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir darin beständig sind, Gemeinschaft zu haben. Das dritte ist, sie blieben beständig im Brotbrechen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es zeigt, was vereint uns denn als Gemeinde, als Christen. Was bringt uns zusammen? Am Ende ist es nicht die Form, wie wir Gottesdienst feiern. Es ist am Ende auch nicht die Auslegung in den einzelnen Punkten, sondern das Entscheidende ist, dass wir alle in diesem Glauben vereint sind, dass Jesus Christus sein Leben für uns gegeben hat. Dass er für unsere Schuld gestorben ist und dass wir durch ihn Leben haben und dass wir durch ihn eine lebendige Hoffnung haben. Und darin waren sie beständig, sie haben das gefeiert. Das bedeutet, sie haben sich das immer wieder vor Augen geführt. Und das ist so wichtig, dass wir diesen Fokus haben, was vereint uns? Was vereint uns? Und das ist letztendlich Jesus Christus, weil er hat denselben Preis für dich bezahlt, wie er für mich bezahlt hat. Und deswegen sind wir eins. Das vierte, sie blieben beständig in den Gebeten. Und das ist auch, denke ich, so eine wichtige Information für uns. Das hat die erste Gemeinde ausgezeichnet. Sie blieben in den Gebeten. Es ist nicht nur, dass wir immer Gott die Anliegen bringen, sondern dass wir Zeit mit Gott verbringen. Und dazu möchte ich dich ermutigen, nimm dir Zeit im Gebet, auf Gott zu hören, mit ihm zu reden, mit ihm durch den Tag zu gehen und darin beständig zu sein und darin festzuhalten. Ich wünsche euch Gottes Segen für diesen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian Bereit. Ier Christian Leib